Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei diesem Ausblick. Und wir blicken voraus auf Update 091. Der britische Zyklus wird weiter fortgesetzt und ihr kriegt einen neuen Kapitän. Und zwar Andrew Cunningham, ein besonderer Kapitän, der drei Talente und zwei Fähigkeiten hat, die wir uns kurz vorstellen wollen. Und dann noch weitere Inhalte natürlich. Eine der Talente wird sein, dass die Höchstgeschwindigkeit von Schiffen und Staffeln um 5% erhöht wird, wenn ihr zwei Flutungen verursacht. Also zwei Bänder für Flutungen erhaltet durch Torpedos logischerweise sind die zu erhalten. Dann gibt es, ihr erhaltet zwei Bänder zerstört und ihr bekommt Verbrauchsmaterialien dazu. Nämlich jeweils eine Aufladung für alles, was euer Schiff oder euer Flugzeug so an Verbrauchsmaterialien besitzt. Das können ja dann Nebel, Hydro, Patrouillenflugzeuge oder in Motorkühlung sein zum Beispiel. Und dann gibt es den dritten Talent. Da erhaltet ihr den Erfolg Vernichter. Vernichter, ihr müsst 60.000 Schaden durch Feuer oder Flutung auf gegnerische Schiffe in einem Gefecht machen. Und dann bekommt ihr den Bonus, dass die Nachleidezeit der Hauptbatterie, der Torpedowerfer und die Flugzeugwiederherstellungszeit um 10% reduziert werden. Ist dann jeweils relevant für das Schiff, was ihr eben fahrt. Der Zerstörer partizipiert besonders daran, weil er Torpedos sowie die Hauptbatterie hat. Die DDs laden schon relativ schnell, bekommen dann nochmal einen Bonus von 10% und die Torpedos sind jetzt auch nicht ganz langsam in der Nachleidezeit. Bekommen auch einen Bonus für die CVs, das ist auch nicht schlecht. Die haben dann eben die Flugzeuge 10% schneller wieder parat. Dann gibt es natürlich noch Fertigkeiten oder Fähigkeiten. Einmal den Tausendsasser, der hat ja standardmäßig 5% auf die Nachleidezeit der Verbrauchsmaterialien. Mit dem Kapitän kriegt ihr einen Bonus von 10%, wenn ihr diesen Skill eben auswählt. Oder ihr wählt dazu Flugzeugpanserung aus. Die ist verbessert. Standardmäßig bekommt ihr 10%. Schadensreduktion von Kurz-, Mittel- und Langstrecke mit dem Skill dann 11,5%. Ich persönlich finde den Kapitän recht stark. Er wirkt besonders intensiv auf britische DDs und britische Flugzeugträger, wie ich persönlich finde. Klar können auch andere Schiffe davon partizipieren, aber nicht so stark wie CVs und DDs aus meiner Sicht. Gerne eure Meinung in die Kommentare dazu. Dann kommen wir zu gewerteten Gefechten. Die beginnen nämlich am 26. Februar und gehen in die 15. Saison schon. Das ist nur für T-10 Schiffe vorgesehen. Keine Klassenbeschränkungen. Können also Flugzeugträger auch mit dabei sein. Im Modus 7 gegen 7. Und es wird im neuen Wettrüstenformat ausgetragen. Wir haben vor 6, 7 Ausgaben vom Ausblick mal über die neuen Wettrüstenregeln sozusagen berichtet. Und die wurden halt auch für den CV angepasst. Und deswegen können die jetzt halt eben auch mit dabei sein. Nächster Punkt ist der Wehrpass. Der Wehrpass-System des Spiels wird aktualisiert und die Reihenfolge der Freischaltung der verschiedenen Stufen und der dafür benötigten Gefechte, bis sie freigeschaltet werden, wird angepasst. Das soll dazu führen, dass die jungen neuen Spieler in World of Warships schneller an die Inhalte herankommen, wie zum Beispiel Direktiven, Sammlungen vervollständigen, all so eine ganzen Geschichten. Und die bekommen eben auch neue Bonis. Nämlich zum Beispiel Kohle, freie Erfahrung, Premium-Account-Tage, Signale, Tarnungen, Container und Upgrades. Anfänger müssen nur weniger Schlachten spielen, aber nur für die meisten Stufen, nicht für alle. Das bedeutet am Ende gehe ich davon aus, dass immer noch genauso viele Gefechte gefahren werden müssen. Um auf den Stand zu kommen, Stufe 15 oder 16, wie weit der Wehrpass jetzt eben geht. Aber auch wir Bestandsspieler sozusagen, gehen da nicht ohne oder gehen da nicht leer von aus. Wir haben ja früher mal Zeit investiert und das will Wargaming auch in Anführungsstrichen vergüten. Und jeder Spieler, der vor dem Update 0.9.1 die maximale Wertpassstufe erreicht hat, bekommt einen Bonus. Und zwar 15.100 Kohle, 4 Tage Premium-Spielzeit, 1 Supercontainer, 10 Tagescontainer, darunter 5 Container mehr Ressourcen, sowie eine große Anzahl von Upgrades, verbrauchbaren Tarnungen, Wirtschafts- und Sondersignalen. Ist gerade ein bisschen abgelesen, aber ich will ja auch nichts vergessen. Das ist jetzt hier als Beispiel. It is work in progress, also bitte vergesst nicht, dass sich das theoretisch auch nochmal ändern kann. Dann kommen wir zur neuen Karte. Die Nordische See, so habe ich es genannt, oder Nordische Gewässer. Eine Winterkarte, die ihr gerade eingeblendet seht von oben. Ja, die rechte Seite erinnert mich so ein bisschen an Gefahrenherd mit den ganzen versprengelten Inseln. Die Mitte mehr an die Karte Falle, wo da auch in der Mitte diese Karte ist und so weiter. Da wird gespielt im Epizentrum und Herrschaftsmodi, ihr seht gerade die Herrschaftsvariante, und im T8 bis T10-Gefecht. Ich freue mich auf die Winterkarte, macht einen besonderen Eindruck, muss ich sagen. Auch das mit diesen Nebelschwaden, die ihr da in diesen Gebirgen jetzt sehen könnt, auch im hinteren Bereich. Ja, das könnte aber auch Gisch sein, das ist so nicht ganz klar zu erkennen. Also schreibt mir gerne auch da eure Vermutungen in die Kommentare. Würde mich zumindest freuen, wenn die Wellen in Zukunft eine größere Beachtung in World of Warships finden würden. Aber ich glaube, das wünschen sich viele von uns. Weiter geht's mit der nordischen Tarnung zum Schlachtkreuzer oder Schlachtschiff. Es fällt ja in die Kategorie Schlachtschiff. Odin. Wir durften die ja schon testen vor einiger Zeit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Schiff fielte sich schon ziemlich rund und ziemlich passend in die Meter oder vom Spielgefühl her an. Und ja, man kann davon ausgehen, jetzt kommt eine neue Tarnung. Fingerzeig, Achtung, könnte sein, dass die Odin demnächst schon im Spiel erhältlich sein wird. Wie genau? Keine Ahnung. Free XP, Kohle doch zu kaufen oder Forschungspunkte. Wer weiß das alles schon. Aber ja, die Tarnung sieht natürlich passend zur Gottheit Odin aus, die da von den germanischen und nordischen Völkern so wohl angebetet wurde. Aber ja, schön und deutsches Schiff passt die Tarnung meiner Meinung nach jetzt nicht so richtig optimal. Meine persönliche Meinung. Weiter geht's mit der Flacke Recruiting Station. Ihr kennt die ganze Geschichte. Vor einiger Zeit wurde die Rekrutierungsstation in, oder das Rekrutierungsbüro in World of Warships eingeführt. Ihr könnt Freunde werben, die bekommen Bonis. Ihr bekommt Bonis, In-Game-Bonis. Und dazu sammelt ihr Punkte für jedes Gefecht, was ihr mit denen zusammen fahrt. und könnt dann wieder weitere Container für die Kollegen und Freunde freischalten. Und jetzt gibt es eben eine Flagge dafür, wie man die erhält, was für Bonis sie bringt oder ob sie überhaupt Bonis bringt oder nur eine repräsentative Flagge ist. Ja, das weiß man jetzt aktuell nicht. Könnt ihr euch überraschen lassen. Müssen wir dann mal schauen. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt auch Veränderungen, und zwar bei den Modifikationen, die es in World of Warships gibt. Wir hatten ja vor zwei, drei Folgen darüber berichtet, dass die Modifikationen, beziehungsweise Verbesserungen im Spiel angepasst werden. Und da gibt es jetzt schon die ersten Änderungen. Und zwar hatten wir darüber berichtet, dass es eine Geschwaderverbrauchsmaterial-Modifikation 1 in Slot 5 möglicherweise in Zukunft geben könnte. Und da wird jetzt schon die erste Veränderung durchgeführt. Und zwar wird der Bonus von 30% auf 50% erhöht. Das heißt, ihr fliegt mit eurem Geschwader durch die Gegend und setzt dann meinetwegen Patrouillenflugzeug ab. Und dann hätte das in der Vergangenheit halt 30% von der 1 Minute gebracht. In Zukunft bringt dann eben 50% und dann ist dieses Verbrauchsmaterial 1 Minute 30 aktiv, weil die Patrouillenflieger ja 1 Minute standardmäßig aktiv sind. Und das ist so der Punkt, den man jetzt schon mal so mitnehmen kann, in Anführungsstrichen. Da wird halt auch noch definitiv Work in Progress viel dran gearbeitet. Das heißt, es verändert sich noch. Weiter geht es nämlich schon mit dem legendären Modul der Wooster in Slot 5. Und die hatte ja, dieses legendäre Modul, einen Bonus auf den Überwachungsradar von 10%. Aber es wird ein neues Verbrauchsmaterial geben, was sich dann Schiffsverbrauchsmaterial-Modifikation 1 nennt. und ebenfalls 10% aufs Überwachungsradar bringt. Aber um da eine Kollision in Anführungsstrichen zu vermeiden, wird das legendäre Modul gebufft, nämlich auf 20% Dauer Verbrauchsmaterial-Überwachungsradar in Zukunft. So, dass der DD noch mehr fluchen wird, wenn die Wooster in der Nähe ist und einen dann mit diesem Radar eben aufschalten wird. Das wird eine richtig nervige Geschichte werden, glaube ich. Ja, wir sehen nicht. Also das Radar noch länger zu machen, viele fluchen schon über die Reichweite teilweise. Also, naja, gut. Das ist meine Meinung. Müssen wir dann mal schauen, wie es tatsächlich kommt. Außerdem haben viele von euch Bedenken geäußert. Und zwar zum Torpedoschutzsystem. Upgrade in Slot 5 ebenfalls. Und da können Schiffe ja, wenn sie dieses Modul gemountet haben, die Torpedoschadensveränderung weiter nach oben treiben. Das heißt, umso höher die Torpedoschadensveränderung ist, desto weniger wird der Torpedo an Schaden auf eurem Schiff machen. Ja, wenn er an den richtigen Bereichen des Schiffes einschlägt. Und da wird sich halt eine Menge Sorgen gemacht. Und World of Warships hat dazu jetzt halt gesagt, Also passt auf, Leute. Wir haben das ganz genau im Auge. Wir schauen uns das an. Weil zum Beispiel gerade die Yamato ist ja sowieso schon super stark mit diesem Torpedoschutzsystem. Und wer weiß, vielleicht lassen sie das Modul dann bei den Schiffen raus. Bei bestimmten Schiffe, die Module gar nicht mounten können. Ist ja bei den Amerikanern schon genauso mit dem Artillerieplotterraum und so einer ganzen Geschichten. Müssen wir dann halt sehen. Es wird auf jeden Fall darauf geachtet werden, wie in Zukunft diese Module dann angepasst werden. Sie sind ja immer noch Work in Progress. Also müssen wir uns jetzt nicht so viel Gedanken machen, dass wir da, ja, unfertige Module hinbekommen. Und es ist ja auch noch kein richtiger Release-Datum, ja, veröffentlicht worden, wann diese Module dann den Weg ins Spiel finden. So, und das soll es jetzt gewesen sein von diesem Ausblick. Wir haben jetzt ein Update 001 geguckt und wir haben uns nochmal kurz mit den Modulen befasst. Ihr Kopf, etwa ein paar informative Sachen für euch dabei. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen und abonnieren, Glocke drücken und vor allen Dingen weiterempfehlen, wenn euch dieser Kanal, dieses Video gefällt. Wir machen auch regelmäßig Livestreams, gerade wenn ihr jetzt vielleicht noch Fragen habt dazu, gerne in die Livestreams kommen. Dienstag, Samstag, 20.15 Uhr sind wir immer für euch da. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Video. Danke für eure Zeit, vom gesamten Seacross-Team und von mir. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020